Hallo und grüß Sie, ich bin der Fabio vom RE-MAX Büro in Schladnöck. RE-MAX bietet ab 12. März eine kostenlose Marktwerteinschätzung an. Was verstehen wir darunter? Unter einer Marktwerteinschätzung wird eine mündliche Aussage über die Bandbreite eines möglichen Marktwertes verstanden. Daher, wir geben ganz einfach eine realistische Einschätzung, in welchem Bereich Ihre Immobilie, was den Kaufpreis betrifft, aktuell wert ist. Die kostenlose Marktwerteinschätzung ist seitens RE-MAX Austria bis zum 31. Mai 2021 befristet und wird ausschließlich für Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen und Baugrundstücke angeboten. Wir machen da natürlich sehr gerne mit. Sollten Sie eine Verkaufsabsicht haben oder wollten Sie immer schon mal wissen, was Ihre Immobilie wert ist, dann melden Sie sich gerne jederzeit bei uns. Und ganz wichtig, auch noch der Hinweis zu unseren Social Media Kanälen, auf Facebook, YouTube und sogar auf Instagram halten wir Sie immer auf dem Laufenden. Nehmt dieses Angebot sehr gerne an. Das ist völlig unkompliziert und es kann absolut nicht schaden zu wissen, was die eigene Immobilie wert ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Fabio von RE-MAX. подписchen scrap eblogspot Pletschätzung auf www.btistudiosk.de www.btistudiosk.de dr